jo leute was geht und herzlich willkommen zu meinem video heute geht es über loon die bringt nämlich am donnerstag um 23.59 Uhr ihren neuen song sos raus und der wird auf jeden fall mies abgehen leute deswegen lasst ein bisschen support bei ihr da auch bei mir wenn ihr wollt könnt ihr gerne kommentieren abonnieren ich würde mich auf jeden fall sehr darüber freuen und jetzt wünsche ich euch sehr viel spaß mit der hörprobe von loon sos bildern seh ich mir nicht mal mehr ähnlich will aufstehen doch es geht nicht jede stunde fühlt sich dann als wär sie ebel keine ahnung ob es gerade regnet ich weiß ich meinte zudem an mir fehlt nix wollte nicht dass ich für dich nur ein problem bin doch es geht nicht mehr allein mir ist kalt kann die sterne nicht mehr sehen gib mir halt bevor ich untergehn sag mir wohin es geht denn meine tränen trocknen nicht mehr versinken mein problem und ich treibe aufs offene mehr kannst du mein sos nicht sehen glaub mir ich bin kurz vorm untergehen ich kann alleine nicht mehr stehen glaub mir ist glücklich